So, was für andere langweilig ist, bei Moins, Mittags, Abends immer dasselbe, ist für mich mein tägliches Fitnessprogramm. Wie gesagt, das hat mich vor jetzt vier Jahren gerettet. Und so wollte ich nicht zum Cardiotraining. Dann kann ich nämlich den Platz freilassen für jemanden, der die Möglichkeiten, die ich habe, nicht hat. Och, so und so sparsam, meine Süßen. Komm rum, Dicke, komm. Weil ich bin ja nicht die Einzige. Ja, machen wir mal ein Verkirchen. Ich bin ja nicht die Einzige. Amort. Vielen Dank. Da wird es jetzt was oder wie oder was? Guck mal, ich gehe mich sauber machen, langsam mal. Ah, der boost. Guck mal, ich gehe mal. Hey! Guck mal, ich gehe mal. So, und nun darf ich es auch machen, ja? Ja, komm, weg, geh. Jetzt ist es hin. Das nennt ich Timing. Manchmal ist es ja auch so. So, ich habe gerade alles schön sauber gemacht. Ich habe mal abgehört und äußert ihre Meinung. Darauf ist was geschissen. Ja. Ich habe mal abgehört. So, ich gehe mal abgehört. Der ist noch frei, der ist noch frei. Der ist noch frei, der ist noch frei. Der ist noch frei, der ist noch frei, der ist noch frei. Der ist noch frei, der ist noch frei, der ist noch frei. Der ist noch frei, der ist noch frei. Der ist noch frei. Der hat mal live mitgekriegt. Das machen alle beide. Der ist noch frei. Jetzt kriegen sie draußen noch was. Dann krieg ich hier ausmachen. Wasser haben sie noch. Oh, mein neuste Pferd. Tüffi, äh ja. Lampen hier. Tüffi, äh ja. 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 Vielen Dank. 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 Na gut, meine Süßen. Oh, da ist Schlauer-Maus. Ja. Das ist wie mit einer Angeln. Ja. Ja. Winter ist Winter, aber Frühling ist viel schöner und Sommer. Na ja. Na gut. Dann wünsche ich euch, dann wünsche ich euch eine schöne Nacht. Leuchten. Leuchtende Augen. Gut. Gut. Wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns morgen früh. Tschüss.